Diese hier angebotene 6-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Goldsheim. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 180 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 3.200 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017